hallo leute und willkommen zum zehnten pandeminecraft endergames serie ja diese serie ist ja schon zehn folgen alt und ich bin immer noch mit dem torben ja und ich habe mir jetzt so gedacht ich habe jetzt vorletzte folge zielsucher dann hi und dann spielen wir jetzt techniker auf dem schönen vorwärts das ist richtig also toby wird am ende wahrscheinlich viel besser der krypton als ich aber dafür werde ich den stärkerwaffen wenn ich ihn wenn ich ihn nicht nur noch ein spannender kampf rüstung hast besiehst du mich ja ja die startkiste hat mir schon mal gezeigt in was für eine richtung die runde läuft ja mal wasser gefunden torben wenn ich jetzt ein holz wird wird das erst zum goldschwert oder das wird erst zum goldschwert dann zum steinschwert dann zum mann das ist ja scheiße ja das ist ja eigentlich genau gleich gut ist ja okay dann mache ich ja und goldschwert wird erst zum steinschwert nach richtig deswegen musste direkt am besten ein eisenschwert machen ja das liegt am besten genau wenn man das kraften könnte ich kann goldschwert kraften ich kann auch nur goldschwert habe ich ja schon achta kiste 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 ja in meiner kiste war viel gold gold geil geil richtig eisen ja okay das ist die world border egal ich darf mir goldschwert kraften ja das lohnt sich und goldschuhe goldschuhe habe ich auch schon aber ich darf ja wow du bist aber techniker äh ziel sucher ja ja ich weiß war ja auch ein lustiger beat sollte das sein guck mal er wollte meine werkbank abbauen dieser was ist was ist ein grünes grüne rüstung link link den machst du mit einem schlachttot ok sie ja ja zwei steckerte gebrochen aber so ja gut ach ja stimmt ja auch resistenz und alles ich dachte ich habe zehn milliarden tränke in einer kiste das würde ja geil der ist zielsucher ich habe verloren wenn ich jetzt gegen den ja komm kämpft ihr zielsucher gekillt sehr schön ich habe jetzt natürlich die link rüstung jetzt denkt jeder der ist link den mache ich easy am arsch macht er den easy mein eisenschwert sollte ich natürlich noch geil läuft bei mir ich wurde einfach getauscht ok let's go ich habe mega wenig leben ich möchte nicht drauf gehen nein ich habe die vier dias aus der kiste nicht bekommen da findest du einmal hinter mir ist auch noch einer ich weiß einen ich trage wurdest du getauscht nein noch nicht ich kämpfe gegen mich ein der ist auch zielsucher der kleine hurensohn ist ein battle was mir gefällt weil jetzt wurde er getauscht so direkt zwei diashwerte gekraftet ist halt die sichere ich habe gerade extrem gerade was extrem hektisch bei mir wo bist du dann hinter dir hinter dir hinter dir vorsichtig kill den torben wo ist der weniger leben ich habe ihn gekillt ich habe ihn gekillt ja ich weiß ich wurde getauscht ach du scheiße was ist ja hier geht die übelste party ab mann ich mich zu dir alter so krieg ich doch nie was hier liegen zehn milliarden sachen rum ich wurde getauscht das ist ein witz das ist einfach ein huren so ein witz ich habe kein dia schwert ich da langen zehn dias oder langen dia schwert rum als gehe ich den anderen zielsucher ja porten uns jetzt hier noch hier einer weg alter ohne witz ne hier ist schon wieder einer in der nähe der weniger leben hat ich bin hier bei dir aber ich habe volle leben jetzt bewusst getauscht anscheinend gerade naja ja dann kann ich jetzt mal kurz kraften ich könnte hier ein paar sachen ich könnte hier ein paar sachen fallen lassen ich muss mit ihr schwert kraften und eine eisenhose das ist wichtig damit ich ein bisschen rüstung habe dann mache ich mir eine gold mache ich dann mache ich meine gold chest plate fühlt sich jetzt schon mal ein bisschen sicherer an ist der jung und verzauungstisch wo ich da auch einen nähen nur so ich wurde getauscht ja okay der weniger leben den mache ich easy one hit weißt du dass neckt er sich jetzt die ganze killt aber ich dachte ich dachte ich habe dinger gehört meine ich werde schon wieder getauscht mach jetzt bin ich wieder da wo die ganzen dias rumliegen der hat mich aufgesammelt ich habe elf dias was ist das denn für nur alter ja dann kannst du ja gegen mich gewinnen ja oder aber fette rüstung aber wenn ich mich jetzt von hinten anschleiche perfekt ein traum toby mit dir zu arbeiten okay wir sind die letzten jo isa ist wenn du möchtest ja also ich würde sagen jetzt geht es direkt los ach so direkt ja warte kurz dass mich ja generieren ja ich bin 200 blöcke von dir entfernt so es ist echt es ist eine gnadenlose verarschung dass ich rückschluss 1 auf diesem scheiß schwert kriege ist einfach eine gnadenlose verarschung mann war eh nichts drin aber dafür steht daneben direkt ein zaubertisch den ich gerne benutze ja den wollte ich nämlich auch nochmal benutzen um ein neues dias schwert verzaubern vielen dank für die blue ja jetzt hast du wahrscheinlich auch noch sterfe du penner hä was wahrscheinlich volle direr rüstung so jaja nein wie kommst du denn da rauf oh nein ihr habt keinen bock oh gott der ist jetzt schon gleich hier oh man ja gut wie soll ich das schaffen oh ich habe meine pfeile aus dem inventar geworfen ja das ist immer klug ich mag solche Leute die ihre pfeile aus dem inventar werfen hä wo bist du ach komm her ja ich muss meinen bogen kurz ins inventar nehmen ok ich habe keinen bogen cool komm schon alter wann gehst du mal unter den ja fick dich alter ohne witz nein nein hör mal dir schwert stopp stopp ja unfair bin natürlich scheiße alter nur weil ich keine pfeile hatte ja unfair alter sag ich dir unfair mega unverdient nein ich will nicht okay Leute dann habe ich jetzt auch mal eine runde verloren war eine krasse runde Tobi okay hey alter wie viele leben hattest du nur noch anderthalb scheiße ich habe dich ich habe dich ach man ich habe dich einmal nicht getroffen alter das war das war adrenalin des todes ja bei mir leider auch deswegen habe ich dann verschissen wie lange ich wie lange ich und abonniert uns um kein weiteres video mehr zu verpassen und tschüss 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 tschüss